Raimund Aumann ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der mit der A-Nationalmannschaft 1990 Weltmeister, mit dem FC Bayern München sechsmal deutscher Meister und mit Besiktasch Istanbul einmal türkischer Meister wurde. Karriere Aumann begann 1970 in der Fußballabteilung des Stadtwerke SV Augsburg und wechselte 1976 in die Jugendabteilung des FC Augsburg in der R4. Spielzeiten absolvierte und mit der B-Jugendmannschaft am 29. Juli 1979 im Finale um die deutsche Jugendmeisterschaft Blau-Weiß 90 Berlin mit 4 zu 5. Im Elfmeterschießen unterlag, 1980 verpflichtete ihn der FC Bayern München, für deren A-Jugendmannschaft er zwei Jahre lang spielte und 1982 als vierter Torhüter hinter Manfred Müller, Walter Junghans und dem Belgier Jean-Marie Pfaff in den Profikader aufrückte. Nach dem Weggang von Junghans und Müller trugen Aumann und Pfaff fortan einen harten Konkurrenzkampf um den Stammplatz im Bayern-Tor aus, der darin gipfelte, dass Pfaff Aumann während einer Trainingseinheit eine Ohrfeige gegeben haben soll. Am 25. August 1984 absolvierte Aumann sein erstes Bundesligaspiel, das er mit seiner Mannschaft mit 3 zu 1 im Auswärtsspiel gegen Arminia Bielefeld gewann. Von diesem Moment an war er die Nummer 1 und blieb es bis zu seinem Kreuzbandriss im März 1986. Für die Saison 1986-87 fiel er daraufhin aus und kehrte erst am 26. September 1987 beim 4 zu 1 Sieg im Auswärtsspiel gegen den FC Schalke 04 in den Spielbetrieb zurück. Seinen endgültigen Durchbruch hatte er am 7. Dezember 1988 im San Siro-Stadion beim 3 zu 1 Sieg gegen Inter Mailand im Rückspiel des Achtelfinales um. Den UEFA-Pokal, als er mit einer glänzenden Leistung den Einzug ins Viertelfinale ermöglichte. Im Rückspiel des Europapokal-Halbfinales am 24. April 1991 gegen Roter Stern Belgrad, dem späteren Sieger des Europapokals der Landesmeister, verursachte er in der 90. Minute ein Eigentor zum 2 zu 2 Unentschieden. Dadurch verhinderte er aufgrund der im Olympiastadion München erlittenen 1 zu 2 Niederlage im Hinspiel eine mögliche Verlängerung um den Einzug ins Finale. Nach dem sechsten Spieltag der Saison 1991-92 erlitt Aumann wieder eine schwere Knieverletzung und fiel erneut monatelang aus. Da auch Sven Scheuer als etatmäßiger Ersatztorhüter verletzungsbedingt ausgefallen war, engagierten die Bayern auf Aumanns Ratschlag hin. Dessen Freund Toni Schumacher, der bis zur Winterpause acht Bundesligaspiele bestritt. Nachdem die beiden anderen Ersatztorhüter Gerald Hillringhaus und Uwe Gospodarek nicht zu überzeugen wussten, Aumann bestritt in seiner letzten Saison 32 von 34 Bundesligaspielen. Sein letztes am 7. Mai 1994 beim 2 zu 0 Sieg im Heimspiel gegen den FC Schalke 04. In den zwölf Spielzeiten in München wurde er sechsmal Deutscher Meister, je zweimal DFB-Pokal- und DFB-Supercup-Sieger. Von 1992 bis 1994 war er Mannschaftskapitän des FC Bayern München. Legte dieses Amt allerdings nach Differenzen mit Trainer Erich Ribbeck im Januar 1994 nieder. Von 1988 bis 1994 zählte er zu den besten Torhütern Deutschlands und wurde 1994 vom Kicker-Sportmagazin auch zum besten Torwart der Saison gekürt. Nachdem die Bayern zur Saison 1994-95. Oliver Kahn als Neuzugang verpflichtet hatten, wechselte Aumann in die Türkei zum Erstligisten besiegter Schistanbul, mit dem er 1995 unter Trainer Christoph Daumeister wurde. Aumann debütierte im Nationaltrikot am 23. April 1980 in Bern beim 3 zu 0 Sieg der U16-Nationalmannschaft gegen die Auswahlmannschaft der Schweiz. Für die U18-Nationalmannschaft bestritt er von 1980 bis 1982 13 Länderspiele. Sein Debüt gab er am 4. November 1980 in Tongharen beim 2 zu 2 Unentschieden gegen die Auswahl Belgiens. Er nahm mit der Auswahlmannschaft an der vom 21. bis 30. Mai 1982 in Finnland ausgetragenen U18-Europameisterschaft teil und bestritt alle drei Gruppenspiele. Das letzte, das am 25. Mai in Turku mit 0 zu 1 gegen die Auswahl der Sowjetunion verloren wurde, war zugleich auch sein letztes in dieser Auswahl. Vom 16. Oktober 1984 bis 15. Oktober 1985 bestritt Aumann sieben Länderspiele für die U21-Nationalmannschaft. Sein Debüt in Münster im IM-Qualifikationsspiel gegen die Auswahl Schwedens beendete er siegreich mit 1 zu 0. Wie auch seinen letzten Einsatz in Karlsruhe beim 2 zu 0 Sieg gegen die Auswahl Portugals. Sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab er am 6. September 1989 in Dublin beim 1 zu 1 Unentschieden im Testspiel gegen die Auswahl Irlands mit. Einwechslung zur zweiten Halbzeit für Bodo Ilgna. Sein letztes von vier Länderspielen absolvierte er am 10. Oktober 1990 in Sultana gegen die Auswahl Schwedens. Beim 3 zu 1 Erfolg spielte er das erste Mal über 90 Minuten. Er gehörte zum Aufgebot der Nationalmannschaft, die bei der Weltmeisterschaft 1990 in Italien den Titel gewann. Im Vorfeld dieser WM war die Diskussion um die Nummer 1 wieder aufgeflammt. Als Aumann in den beiden Halbfinalspielen des Europapokals der Landesmeister gegen den AC Mailand gut bewertet wurde. Die Diskussion verstummte am 25. April 1990. Als Aumann beim 3 zu 3 Unentschieden im WM-Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl Uruguays für Ilgna zur zweiten Halbzeit eingewechselt, alle drei gegen Tore hinnehmen musste und keinen guten Eindruck hinterließ, fortan war Aumann der Torwart hinter Ilgna. Seine schwere Knieverletzung 1991 und Meinungsverschiedenheiten mit Bundestrainer Bertie Vogts beendeten seine Karriere in der Nationalmannschaft. Frühzeitig Andreas Köpke trat an seine Stelle und avancierte im weiteren Verlauf zum Stammtorhüter. Erfolge Zweiter der B-Juniorenmeisterschaft 1979 Sonstiges Betreuung Untertitelung des ZDF, 2020